Sieh mal auf Pilz suchen, oder? Merzenbecher, ist ja schließlich Schwarz. Der schönste Monat für das Herz ist und bleibt der Monat März. Ach, guck an, was heißt denn das? Eine Volksweisheit. Und du hast das Ohr ja auch an der Masse des Volkes. Mein Herz, ist das hier am rechten Fleck? Äh, rechts darfst du nicht sagen. Am rechten Fleck, am richtigen Fleck. Besser, das ist politisch korrekt. Da hinten ist ein Fuchsbau. Man sagt, der Fuchs sei lustig. Ja, prima. Und da drüben ist ein Anstand. Und da sitzt ein Läger drauf und der ist hinterlistig. Ganz schöner Wind im Winter. Aha, wieder 6. Schlehrstunde, was? Ja. Ganz schöner Wind im Winter. Ja, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt gelandet im Sturm? Naja, kannst ja weitermachen mit dem Dialekt. Wo sind wir denn jetzt da? Im Windschaden. Im Windschaden. Im Windschaden, dass wir keinen Schaden nehmen. Wir sind im Windschatten vom Schattenberg, dass wir keinen Schaden nehmen. Wir sind am Gipfel des Schattenberges. 618 Meter hoch. Jawohl, das ist der Gipfel. Beziehungsweise das ist der Höhepunkt. Ein Brian Kuhlern. ァ'rendium. Ein Lied. Ein Lied.